Der FC Augsburg muss für den Rest der Saison auf Felix Götze und Sergio Cordova verzichten. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Götze fällt wegen einer Hüftverletzung aus Cordova wird wegen einer Schambeinentzündung für die fünf noch verbleibenden Spiele nicht mehr zur Verfügung stehen. Bilder Galerie Rose, Hecking, Baum, Kovac und Co. Das Trängerkarussell der Bundesliga 40 Bilder der FC Augsburg empfängt am Samstag 15.30 Uhr den VfB Stuttgart. Bei einem Sieg hätten die Schwaben, die am Sonntag im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Martin Schmidt 3 zu 1 bei Eintracht Frankfurt gewann, 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Punkt. Bundesliga FC Augsburg, VfB Stuttgart am Samstag im Live-Dicker, jetzt das aktuelle Trikot des FC Augsburg bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige Let's Block Ads. Punkt. Bundesliga FC Augsburg.